Statt ihre Kabine aufzusuchen, trat Celia Kilbright an die Reling und sah zu, wie das Schiff langsam an der Freiheitsstatue vorbeiglitt. Sie würde noch nicht einmal eine Woche an Bord sein, aber das sollte reichen, um etwas Abstand zu gewinnen von der sensationslüsternden Medienberichterstattung über Stephen, ihren Ex-Verlobten, der keine 24 Stunden vor ihrer Hochzeit verhaftet worden war. War das wirklich alles erst vier Wochen her? Sie hatten sich beim Probedinner zugeprostet, als plötzlich FBI-Beamte im Speisesaal des Restaurants auftauchten. Der Fotograf hatte gerade einen Schnappschuss von ihnen allen zusammen gemacht, sowie weitere Nahaufnahmen des fünfkarätigen Verlobungsrings an ihrem Finger. Der attraktive, charmante, geistreiche Stephen Thorne, er hatte ihre Freunde dazu überredet, in seinen Hedgefonds zu investieren, der jedoch vor allem dazu diente, seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Gott sei Dank ist er noch vor der Hochzeit verhaftet worden, dachte Celia, als sich das Schiff in den Atlantik hinausschob. Zumindest das ist mir also erspart geblieben. Zu vieles im Leben hängt vom Zufall ab, dachte sie. Zwei Jahre zuvor, kurz nach dem Tod ihres Vaters, hatte sie in London an einem gemologischen Seminar teilgenommen. Da ihr Arbeitgeber, der Juwelier Kerruthers, ihr ein Ticket in der Business Class besorgt hatte, war sie zum ersten Mal nicht in der Holzklasse geflogen. Auf dem Rückflug nach New York, sie hatte gerade ihren Platz eingenommen und an ihrem zur Begrüßung gereichten Glas Wein genippt, verstaute ein tadellos gekleideter Mann seinen Aktenkoffer im oberen Gepäckfach und ließ sich auf den Sitz neben ihr fallen. »Steven Thorne«, stellte er sich mit einem einnehmenden Lächeln vor und streckte ihr die Hand hin. Er erklärte, dass er eine Investmentkonferenz besucht habe, und als sie in New York landeten, hatte sie sich einverstanden erklärt, mit ihm essen zu gehen. Celia schüttelte den Kopf. Wie konnte sie bei einem Menschen bloß so falsch liegen? Sie, die Gemologin, die bei einem Edelstein noch den geringsten Makel entdecken würde. Tief atmete sie die wunderbare Meeresluft ein. »Ich will nicht mehr an Steven denken«, nahm sie sich vor. Aber sie würde nur schwer vergessen können, dass viele ihrer Freunde Geld in den Fonds investiert hatten, weil sie sie mit Steven bekannt gemacht hatte. Geld, auf das sie angewiesen waren. Sie war vom FBI verhört worden. Natürlich musste die Polizei annehmen, dass sie an der Hochstabelei beteiligt gewesen war, obwohl sie selbst ebenfalls Geld in den betrügerischen Fonds gesteckt hatte. Sie hatte gehofft, niemanden unter ihren Mitreisenden zu kennen, aber es war in allen Medien verkündet worden, dass Lady Emily Haywood mit an Bord sein würde. Regelmäßig brachte die alte Dame Stücke aus ihrer umfangreichen Schmucksammlung zur Reinigung oder zur Reparatur zu Carothers in der Fifth Avenue, und jedes Mal bestand sie darauf, dass Celia sie auf Kratzer oder abgebrochene Splitter untersuchte. In einem Interview zu dieser Kreuzfahrt hatte Lady Emily bekannt gegeben, dass sie ihre legendäre Kleopatras-Maragd-Halskette mitnehmen und zum ersten Mal in der Öffentlichkeit tragen wolle. Während sich die Passagiere zerstreuten und sich gegenseitig eine gute Reise wünschten, konnten sie natürlich nicht wissen, dass mindestens einer von ihnen Southampton nicht mehr lebend erreichen würde.